Guten Tag! Schöne Grüße mal an diesem Sonntagsaktiv! Leute, kurzes, entspanntes Video. Aktuelles, super bombastisches Wetter. Ich habe wenig Zeit tatsächlich für ein richtiges Video zu produzieren. Aber es gibt ein paar richtig nice Informationen für euch, die ihr merken solltet. Und wenn ihr mal auf einen wunderschönen Sonntag abrundet, ihr solltet eh nicht auf YouTube gammeln, sondern einen Tag genießen. Und ich hoffe, ihr habt ihn genossen. Ich hoffe, wenn ihr das Video jetzt abends schaut, dann hattet ihr ein wunderbares Sonntagab irgendwas Tolles gemacht. Aber, ihr seht es. Jetzt, äh, Thema im Video aber. Neuer Ikonenskin kommt jetzt auf uns zu. Und zwar von Ali A. Ihr wisst nicht, wer Ali A ist? Errate ich euch gleich runter. Der Orden ist nun auch endlich im Itemshop drinnen. Das ist der Charakter, den ich gerade hier spiele. Und somit ist das nach knapp 5 Jahren Fortnite die allerletzte Mitglied, der oder das allerletzte Mitglied, der 7, die quasi damals schon in Season 4, Chapter 1 angefangen hat mit dem Besucher. Aber ist jetzt die gute Dame jetzt auch drinnen. Und sie hat auch einen sehr interessanten, sag ich mal, Text für ihre Beschreibung. Und ob der Skin jetzt jemals wiederkommt, schauen wir uns gleich auch mal ein bisschen an, ne? Weil Paradigma, damals war ja auch eines der 7, ist in den Shop gekommen, aber war damals zeitlich limitiert. Und passt das für die auch zu? Man weiß es nicht. Genau schon wie bei der ersten Schwester hat sie tatsächlich einen sehr interessanten Text. Ihre Ehrenhaftigkeit wird uns in Sieg bringen. Eine der 7. Gut, es geht noch erstmal, ne? Zusammen mit ihrer ersten Schwester ergibt sie halt den Text die Imaginierte und der Orden. Wisst ihr Bescheid. Aber in den Spielen der New Steps, sorry, wenn das Bild jetzt so breit ist, ich hab nicht rangezoomt, steht aber unten, sie arbeitet aus den Schatten heraus mit den 7 zusammen. Durch ihre Informationen werden wir gewinnen. Hmm, sagt schon so ein bisschen, dass sie tatsächlich ein Agent war bei der IO und Informationen gesammelt hat aus den Schatten heraus. Und diese Informationen liefert sie uns jetzt tatsächlich, um tatsächlich dann den 7 zu helfen. Oder vielleicht hat sie genauso wie die Imaginierte ihre Erinnerung verloren. Das ist aktuell schwer zu sagen. Auch der Ladebildschirm arbeitet aus den Schatten heraus mit den 7 zusammen. Soweit so gut. Und dort sehen wir natürlich, wie sie gerade ausspioniert. Und tatsächlich Dr. Sloan. Dr. Sloan hat in ihrer Hand ja so einen kleinen Turm oder sowas, was wahrscheinlich dann das Doomsday-Gerät sein wird. Dazu hab ich auch ein eigenes Video schon rausgebracht. Bis zum Ende du anschauen. Ich zeig's euch dann nochmal, wo ihr das findet. Falls ihr neu dabei seid, natürlich gerne auch Abo-Button und Glocke reinhauen, wenn euch das Video jetzt irgendwo vorgeschlagen wurde, auf der Startseite oder sonst wo. So, und einige haben ja jetzt tatsächlich Panik, ob das Kind jetzt tatsächlich einmalig drin ist und danach nie wiederkommt, genauso wie es für die Paradigma ist, oder nicht. Schwer zu sagen. Stand aktuell steht bei tatsächlich hier erstmal gar nichts im Shop. Es gibt ja keine Info darüber, ob sie limitiert ist oder nicht. Muss man aber sagen, bei dem Paradigma war das aber tatsächlich auch. Ne, bei Paradigma war das jetzt tatsächlich auch so, dass sie erst in den Shop gekommen ist. Und erst nachträglich stand dann der Text, dass sie zeitlich limitiert ist und nie wieder in den Shop reinkommt. Haben viele damals verpasst, weil sie nicht in den Shop gekauft haben. Aber ja, schon interessant, ne? Wie viele Mitglieder der Sieben besitzt ihr, Leute? Wenn ich jetzt hier den Battle Pass freischalte, besitze ich alle sieben von sieben. Ist ja irgendwie auch interessant, so ein Stück Geschichte Fortnite. So lange Zeit hat man jetzt quasi das Spiel gespielt und diese Skins gesammelt und jetzt hat man die alle irgendwie beisammen. Fühlt sich schon irgendwie cool an. Fühlt sich auch ein bisschen wie so ein Abschluss an, als ob etwas zu Ende geht, oder? Aber schreibt mal runter in die Kommentare, wie viel ihr habt. Daher persönlich würde ich sagen, wird wahrscheinlich nicht limitiert sein. Die haben den Fehler mit Paradigma gelernt. Die Leute wollen ihre sieben haben, alle Mitglieder. Und deswegen wäre es fatal, glaube ich, die zeitlich limitiert zu machen. Muss man aber in den nächsten ein, zwei Tage, sage ich mal, im Auge behalten, ob da irgendeine Aussage von Epic kommt. Aber ich glaube, der Skin wird regelmäßig reinkommen und nicht wie Paradigma verschlossen hinter einem Event. Aber falls ihr es verpasst habt, Leute, der Kampf bei Tilde Towers ist auch vorbei. Ist jetzt am Samstag tatsächlich passiert, falls ihr es noch gar nicht gesehen habt, ne? Dort habe ich auch schon mal ein Video zusammengefasst, was da alles passiert ist. Da hat sich auch so einiges aktualisiert jetzt tatsächlich zum Wochenende hin. Ne, Giuseppe? Komm mal mit. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir schon tatsächlich jetzt beim Ladebildschirm waren mit dem Doomsday-Gerät. Da gibt es auch eine kleine Info für euch. Und zwar für das Doomsday-Gerät, wenn das jetzt nächste Woche reinkommt, stand aktuell, hier ist das Stream-Plan. Könnt ihr euch natürlich mal aufschreiben und fotografieren. Dann wisst ihr Bescheid, was in nächster Zeit auf euch zukommt. Aber ich denke mal, mit dem nächsten Update, großen Update am Dienstag, wird dann das Doomsday-Gerät reinkommen. Und es wird zwei Arten von Gameplay-Modifikationen haben. Erstens wird das Blitz rausschießen. Das wissen wir schon ein bisschen länger, aber für die Leute, die nicht dabei... Oh ja, cool. Da ist Psychon! Die Jedi-Kräfte der Schwesterleute sind aktiviert. Immer mit dem Wasser. Aber der andere Effekt ist tatsächlich, dass man Thermalsicht bekommt bei dem Doomsday-Gerät. Dass man tatsächlich so ein bisschen Infrarotsicht bekommt und dann Gegner besser sehen kann oder was auch immer. Jetzt sieht das so aus, als ob ich mit einem hohen Gassi gehe oder sowas, oder? Komm, Giuseppe! Geh mal ein bisschen Gassi! Wieder mit auf... Oh, oh! Oh, oh! Was passiert, wenn ich das hier jetzt runter... Oh, ist aus dem Stein geplumpst. Okay, ne? Äh, Infrarotsicht soll dann auch reinkommen und auch weitere Gameplay-Effekte sollen eintreten. Zum Beispiel auch Schwerelosigkeit angeblich, ne? Was davon dann letztendlich drin ist. Schwer zu sagen, aber anscheinend wird, dass Doomsday-Geräte einen gewissen Effekt auf die Spieler haben. Hab, hab geht das. Hab angestupst, Leute. Hey, ist meiner. Ja, da kommt auch auf uns ein bisschen was zu. Aber die coolste Info wahrscheinlich ist jetzt der nächste Ikonen-Skin und zwar Ali A. Viele werden Ali A. tatsächlich eher als Clickbait-YouTuber, sag ich mal, kennen und so weiter. Aber auch ein sehr, sehr bekannter, großer, internationaler, englischer YouTuber. Und vielleicht auch für dieses Intro hier bekannt, was jeder auch so ein bisschen auch tatsächlich mit seinen Videos verbindet. Warum Clickbait-YouTuber in Anführungsstrichen? Nun, manchmal sind die Videos ganz normal, aber dann kommen halt die Videos, manchmal sind die dann doch teilweise sehr übertrieben. Zum Beispiel jetzt das nächste Video mit, das Ende von Fortnite und so weiter. Und dann ist Fortnite angeblich zu Ende. Pille Palle gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Es gibt auf YouTube deutlich Schlimmeres, Leute, die erzählen euch deutlich mehr vom Pferd. Ich kann euch mal 10.000 Bilder einploppen, wie viele Trailer zu Season 3 aktuell es gibt anscheinend, die irgendwelche möchtigen YouTuber posten, die alle gefaked sind und nicht existieren, weil es gibt keinen Trailer. Es gibt deutlich schlimmere. Ali A übertreibt halt sehr gerne an die Spitze, so wie es halt auf YouTube halt gewohnt ist. Ich übertreibe ja auch teilweise mit den Titeln, ne. Halt nie, dass es gelogen ist. Es passt halt immer zum Video oder sowas, aber nie, dass ich sage vorwegen, hey, ich erfinde euch irgendeinen Trailer, der nicht existiert, nur damit ihr auf das Video klickt oder was auch immer. Steht ihr? So, da ist es rum. Ali A hat jetzt seinen Ikonenskin angekündigt und zwar mit einem kleinen Teasertrailer, wo er dann tatsächlich rumsteht und es gibt sogar ein Gratis-Item für euch. Guck mal, wir kriegen doch noch so einige geile Infos zusammen. It's time to say goodbye. Don't worry, I won't be gone long. I never thought this would happen, but I'm so excited. So nervous. When I return, I'll look different. You'll see what I mean tomorrow. But for now, goodbye. I'll see you all in 24 hours. Na ja, wie ihr gesehen habt in diesem Trailer sagt er vorwegen, auf Wiedersehen, aber ich werde nicht weit weg sein oder lange weg sein. Und dass er nie geglaubt hätte, dass das jemals passieren könnte. Und das ist schon echt eine geile Sache. Und es wäre natürlich ein kleiner Dream, wenn auch ich irgendwann mal ein Ikonenskin bekomme, wann auch immer das sein sollte, Leute. Inzwischen bin ich als Moderator in Fortnite drin. Ich habe meine eigene Sprays und Items drin. Jetzt, was fehlt, ist halt der Ikonenskin. Dann habe ich das ganze Set voll. Dann habe ich Fortnite durchgespielt. Und das wäre noch so meine Lebensaufgabe tatsächlich. Schauen wir mal, wann das jemals passiert. Ob Epic jemals einen deutschen Content Creator reinpackt oder nicht. Und selbst wenn wir einen deutschen Content Creator reinpacken, ob überhaupt ich das bin. Es gibt ja auch einige Größere, die deutlich mehr Zuschauer haben und was auch immer. Sei es drum, wird vielleicht noch ein paar Jährchen dauern. Na ja, und dann gibt es noch ein paar Teaserbilder, wie tatsächlich Ali A dann aussehen könnte. Der Ikonenskin. Und dann gibt es so mal so einen Umriss. Man sieht, es sieht schon ein bisschen sehr sportlich aus. Es erinnert mich so ein bisschen an so einen Baseballskin, muss ich sagen. Und in eines dieser Teaserbilder sehen wir auch tatsächlich einen Ladebildschirm, so wie es aussieht. Und dann sein Logo und dieses Logo werden wir dann auch in Creative tatsächlich auf einer Map kostenlos freispielen können. Diese Map launcht dann, wenn das Skin freischaltet. Tatsächlich wird die Ankündigung für diesen Skin jetzt in ein paar Stunden, wo ich dieses Video aufnehme, tatsächlich rauskommen. Aber es gibt so ein paar, sage ich mal, Bilder davon, wie ihr euch ungefähr das vorstellen könnt. Und das wird dem wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr nahe kommen. Es ist nicht der Skin, aber es ist ein sehr ähnlicher Skin von Trimix. Der hat den erstellt und kommt Ali A auf jeden Fall sehr nahe und freut mich auf jeden Fall für ihn und wünsche ihn da auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Zeit. Ich glaube, das ist für einen Content Creator die größte Ehre, die du kriegen kannst für das Spiel, was du unter Support, also jahrelang Support ist, dann, dass du sowas zurückbekommst. Ah, da wird man schon ein bisschen neidisch, aber auch ein bisschen hoffnungsvoll, dass natürlich auch man selber irgendwann das kriegt, wenn irgendwann mal alle englischen Creator durch sind. Was sagt ihr dazu? Schreibt runter in die Kommentare, Leute, wie sieht eure Sammlung der Sieben aus? Gameplay war jetzt nicht super spektakulär, Leute, aber ich hatte jetzt keine zweite, eine 20er-Bomb hinzulegen, um meine krassesten Skills rauszuschallern. Nur damit Gameplay passiert, wie gesagt, da hat ein bisschen viel los, musste ihr schnell die Infos zusammenkratzen und dann habt ihr hoffentlich einen wunderschönen Samstag gehabt. Auf der rechten Seite, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das mit dem Doomsday-Gerät aussieht und oder was auch immer noch weitere Videos da herrschen, gerne jetzt ausstecken, draufklicken, anschauen. Like-Button, Abo-Button und Glocke wird mich leer, jedenfalls mega freuen, dann verpasst ihr nichts, was in nächster Zeit rauskommt und gebt mir Flosse. Lapp!